Moins Leute, Moins Leute, Moins Leute, Moins Leute Moins Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog auf diesem Kanal und zwar, ja, ich hab heute einfach mal wieder absolut nichts vor heute ist mal wieder so ein richtiger Gammeltag heute ist auch Freitag, bedeutet für mich ist heute offiziell der letzte Ferientag der letzte Sommerferientag meines gesamten Lebens ich werde nie wieder Sommerferien haben es ist richtig krass ich kann es noch nicht ganz glauben, aber es ist ja leider so dementsprechend habe ich heute noch ein Meeting auf Zoom und dann, ja, fahren wir heute Abend meine Freundin und ich zu meinem Papa meine Freundin kommt später auch ich fahre sie dann auf die Arbeit und dann machen wir uns einen ganz entspannten Abend bei meinem Vater wenn sie wieder von der Arbeit zurück ist und lassen den Abend ausklingen und ja, mehr ist für heute tatsächlich nicht geplant mal gucken, was man jetzt so macht und ja, ich halte euch auf dem Laufenden so Leute, ich hab wieder was ganz ganz Kleines von Kleiderkreisel bestellt und zwar die würde ich euch eigentlich gerne zeigen hier ist es drinne aber ich kann nicht aus einem ganz bestimmten Grund und zwar ist das also nicht das ist ein Geschenk für meinen besten Freund sondern das, was ich schon bei mir habe und jetzt mir in einer anderen Größe bestellt habe das, was hier zu Hause schon war ist für ihn und ich hoffe, ihm gefällt das ich hoffe, er freut sich und ja ich mache jetzt ich zocke jetzt noch ein bisschen und ja, mache eventuell gleich noch ein bisschen Sport und warte dann, bis meine Freundin kommt um 15 Uhr wir haben jetzt 13.30 Uhr glaube ich und dann ja, mal gucken, was heute noch so passiert so Leute, ich bring jetzt gleich meine Freundin zum Fitnessstudio und dann fahre ich zu meinem Papa wir essen was und naja, sie arbeitet jetzt auf jeden Fall von 18 bis 22 Uhr ich fahre in der Zeit zu meinem Papa wir essen schon was später isst sie dann auch noch was und eigentlich wollten wir heute Marshmallows grillen wieder aber bei uns regnet's ja deshalb mal gucken was wir dann noch so machen und heute Abend gucken wir dann Horrorfilm hey so Leute, es ist mittlerweile leider schon wieder der nächste Tag und ich beantworte jetzt einfach noch und ich beantworte jetzt noch eine Frage und dann ja sehen wir uns auch schon im nächsten Vlog und zwar zahlst du die Produkte selbst die du testest und ja tue ich okay aber ich bekomme 20% Rabatt auf die Produkte das bekomme ich genau ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Daily Vlog magst du noch was sagen? Tschüss Tschüss Jungs Jungs Vielen Dank.